Hallihallöchen! Vor mir steht ein ziemlich altes, hohes Gestell. Monströs, kann ich nur sagen. Aber besser bekannt unter dem Namen Giotine. Nun, sie wurden in der Zeit der französischen Revolution von der Henkerzunft heiß geliebt und natürlich auch benutzt. Um euch, meine geschätzten Horrorgemeinde, das Feeling eines Verurteilten kurz vor der einschneidenden Prozedur zu vermitteln, werde ich meinen Kopf in die Holzschneise zwängen, erst mit dem Gesicht nach oben, etwas unbequem, so etwa. Ui! Das ist schon ein Gefühl, kann ich euch sagen, dieses immer noch verdammte scharfe Fallbeil, so von unten aus nächster Nähe zu sehen. Um aber den Eindruck perfekt zu gestalten, habe ich mir erlaubt, das Kostüm des französischen Adligen natürlich einer Wachspuppe auszuleihen. Die Wachspuppe hockt jetzt in einer Abstellkammer. Madame Crisotte möge mir verzeihen. Das Gewand ist mir ein bisschen zu eng und riecht ziemlich stark nach Naftalin. Oh! Da kommen schon einige Besucher. Ja, so, ich werde mich jetzt ganz ruhig verhalten, den Kopf wieder nach unten drehen. So, mal hören, was der alte Mann so zu sagen hat. Wir bleiben natürlich weiter auf Sendung. Und nun, meine Damen und Herren, kommen wir zu einer Guillotine. Auf dieser, oder besser gesagt, durch diese Guillotine, verloren im Jahre 1781, während der französischen Revolution etwa 750 bis 18 Personen ihre Köpfe. Meist adelige Köpfe. Wie schnell das ging, möchte ich Ihnen anhand dieser präparierten Wachspuppe demonstrieren. Nein, nein, Sie retten mich! Donnerwetter, das sah aber echt aus. Danke schön.